Wir haben alle geschlossen, wie viele Personen in der Masarda. Der Onkel war in Brasilien. Er wollte exporten und importen. Ich weiß nicht, dass Papa versucht hat zu Hause für ihr Kind. Wir haben die zwei Maschinen gebeten. Die Tante ist aufregen. Die konstant. Sie können es erloben. Sie platzieren. Wenn sie es erlobt, dann rutscht sie in die Kälte. Wir haben gesagt, in die Kälte standen zwei Maschinen. Wir haben die Kälte in der Kälte. Wir haben die Kälte in der Kälte. Klar. ... WELCi. Wir haben jetzt den Kälte. WELC verdad. Ich habe das Q Thanате abgemacht. Wir haben die Kälte.